Sie sind Unternehmer aus Syrien und zum ersten Mal im westlichen Ausland. Das Regime ihres Landes hat angekündigt, die Importzölle bald deutlich zu senken. Davon wollen sie profitieren. Ich will hier deutsche Maschinen kaufen und sie in Syrien verkaufen. Ich sehe mich hier noch ein wenig um. Mal sehen, was ich finde. Auf der Messe werden sie von Hisham Huthut begleitet. Er lebt in Deutschland und in Jordanien und er versucht, den Kontakt zu deutschen Verkäufern herzustellen. Den beiden Syrern vermittelt er einen ersten Überblick über die Messe. In ihrer Heimat konnten sie sich nicht über sie informieren. Made in Germany ist ihnen aber ein Begriff. Deutsche Maschinen, deutsche Qualität, deutsche Firmen, die sind bei der Araber, bei der arabischen Welt ist bekannt, Qualität, Garantie, jahrelang lebt und eine Sicherheit für die Araber. Wenn die Maschinen nach jahrelang können sie in einem Service, Ersatzteile, das sind alles da. An einem Stand mit Maschinen für Dosen werden sie fündig. Im heimischen Damaskus kennen sie einen Nahrungsmittelhersteller, der eine solche Maschine braucht. Neu kostet sie mehr als 100.000 Euro. Hier rund die Hälfte. Für den deutschen Händler ist es nicht das erste Geschäft mit arabischen Kunden an diesem Tag. Man spürt, dass die Leute mehr Selbstsicherheit haben und es ist wie eine Aufbruchstimmung, dass man wieder in die Wirtschaft investiert und positiv denkt und man möchte einfach in den Ländern wieder vorwärts kommen. Der Veranstalter der Justec plant mit Partnern ähnliche Messen in der arabischen Welt. Durch die Umbrüche in den Ländern könnte der Bedarf nach gebrauchten Maschinen und Industrieanlagen kräftig steigen. Wir merken, dass aus arabischen Ländern, wie aus allen Zielländern auch, sehr stark Werkzeugmaschinen nachgefragt werden. Die werden in jeder Produktion gebraucht. Auch für eine Werkstatt wird dann mal eine Drehbank gebraucht oder sowas. Wir haben aber aus den arabischen Ländern auch starke Nachfrage nach Baumaschinen zum Beispiel und nach Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. Die beiden Syrer hoffen, dass die Handelsbarrieren ihres Landes schon bald fallen. Denn die gebrauchten Maschinen werden in ihrem Land dringend gebraucht. than gebraucht wurde dann incoins вниз. an der Anzahl von herOSE delegiert haben minor Beine �27-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400. externt